Auf dem Weg. Auf dem Weg. Alles klar. So, dann geht da mal hin. Dann können wir jetzt diese Wolfsmenschen Stück für Stück erledigen. Ich kann diese Melodie langsam nicht mehr ab. Zu Befehl. Wird sofort ausgeführt. Unverzüglich. Alles klar. Die Rune bestiehlt? Komm, schnell kaputt machen. Zur Ehre Aonius. Schlagt sie zurück. Das ist dein Hinterhalt. Wir können hier nämlich wenigstens keine neuen nachkommen. Die Linien müssen halten. Haltet durch, Männer. Für die Freiheit. Die Linien müssen halten. Fließt die Reihen. Das ist dein Hinterhalt. Oh, da ist er auf einmal tot. Die Linien müssen halten. Und das passiert. Stimmt durch den Zerstörer. Feindlicher Angriff. Ohne Krieger. Zu mir. Stand halten, Männer. Vorwärts. Irgendwer fehlt. Unverzüglich. Auf dem Weg. Er fehlt. Sofort. Das ist dein Hinterhalt. Ohnein, hier sind zu viele. Ohnein, hier sind zu viele. Runenkrieger, zu mir! Ich muss sie ein bisschen dorthin locken. Sofort. Die Linien müssen halten! Mir nach! Weil der Zerstörer, der ist ein bisschen... Ich bin stark. Vorwärts! Folgt mir! Ach. Ja, weil sie mir auf einmal nicht folgen. Mir nach! Mir nach! Zur Ehre, Aonius! Das ist ein Hinterhalt. Alles klar. Verstanden. Wird sofort ausgeführt. Die Linien müssen halten! Wir werden angegriffen. Schlagt sie durch! Ah, das ist ja gemein. Der hat zwar Aura der Heilung, aber der ist Fernkämpfer. Die Linien müssen halten! Für die Freiheit! So. Dann machen wir den und gleich die Hütte oben. Ach, irgendwie schaffe ich es immer, mich bequem hinzusetzen und nach ein paar Sekunden sitze ich mir da unbequem. Keine Ahnung, wie ich das hinkriege. Wir werden angegriffen! Schnell! Für die Freiheit! Sofort! Zum Angriff! Runenkrieger, zu mir! Zubeficht! Vorwärts, Krieger! Schnell, ab! 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 Verstärkt die Deckung! Die Linien sind überall drin! Haltet durch, Männer! Runenkrieger, zu mir! Verstärkt die Deckung! Die Rune beziehen! Vorsicht, Gegner! Sie sind überall! Stand halten, Freiheit! Schlagt sie zurück! Vorsicht, Gegner! So, weiter! Halte durch, Männer! Schlagt sie zurück! Da kommen jetzt auch immer wieder welche. Schließt die ein! In die Schlacht! Das ist ein Hinterhalt! Vorsicht, Gegner! Vorsicht, Gegner! Vorwärts, kämpft Männer! Feindlicher Angriff! Sofort! Schnell, für die Freiheit! So, das kaputt machen und das dann auch noch. Runenkrieger, zu mir! Ja! 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 Es hört mir auch gerade leid, dass ich so ein bisschen leise bin. So, das dann noch kaputt machen. Und dann macht das einfach kaputt. Und dann kannst du den da kaputt machen. Schlagt sie zurück! Die Rune befiehlt, greift sie an! Dann passt das auch mit dem Zerstörer hier. Genau! Feindlicher Angriff! Ich muss hier wieder ganz genau gucken. Verstärkt die Deckung! Und aufpassen. Feindlicher Angriff! Schlagt sie zurück! Für die Rune! Ja! Haltet durch, Männer! Schnell! Kämpft, Männer! So! Dann haben wir da die letzte Hütte. Huich, 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 huich! Sie sind überall! Wollte gerade sagen, in der Hoffnung, dass da nicht noch irgendwas wieder auftaucht, ne? Dann auch noch ein Zerstörer. Feindlicher Angriff! Das ist ein Hinterhalt! Sie sind überall! Jetzt sind die schon mal weg. Wenigstens etwas. So, dieses alte Bollwerk ist verschlossen. In den silbernen Verziehungen befindet sich eine spinnenförmige Vertiefung. Der Schlüssel gleitet ins Schloss. Silberne Spinnenbeine entfalten sich und greifen die Vertiefung. Mit einer Drehung kann das Schloss geöffnet werden. Vorwärts! Sofort! Dann hoffen wir jetzt den nächsten Verderben. Schnell! Und zwar diese komischen Frostwesen da. Eisdiener. Vorwärts! Aber hey, bald Stufe 16! Schnell! So, eigentlich soll er wahrscheinlich hier weitergehen. Ich speichere gerade mal. Dann werfen wir auf jeden Fall das Portal in die Schattengrenze. Da unten ist auch noch mal was. Achso, von hier hinten, ja. Ah, ich würde jetzt einfach mal versuchen wollen. Folgt mir. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, jetzt kommen nicht alle. Wir werden angegriffen. Haltet durch, Männer! Verstärkt die Deckung! Plagt sie zurück! Ah ja, ich sehe schon, was das Problem ist. Sie sind überall! Feindliche Angelegen! Vorwärts, Krieger! Das ist ein Hinterhalt! Vorsicht, Gegner! Haltet durch, Männer! Wir werden angegriffen! Haltet durch, Männer! Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Fließ die Reihen! Die Linien müssen halten! Haltet durch, Männer! Das ist ein Hinterhalt! Fließ die Reihen! Schließ die Reihen! Haltet durch, Männer! Wir werden angegriffen! Haltet durch, Männer! Wir werden angegriffen! Schließ die Reihen! Die Linien müssen halten! Cool. Da kann er sogar auf andere das Dornschild machen. Schlagt sie zurück! Vorsicht, Gegner! Mir nach! Verstärkt die Deckung! Da sind jetzt hier alle gekommen. Stand halten, Männer! Feindliche Angriffe! Verstärkt die Deckung! Stand halten, Männer! Verstärkt die Deckung! Oh, oh, oh! Mein heiligeren Zweck, doll. Fließ die Reihen! Oh Mann, das fängt so gut an! Es fängt so gut an! Oh, ich hasse das! Du hast einfach null Chancen! Und dann regenerieren die sich natürlich so extrem schnell. Also diese Kampagne, Mann! Ist so unausgeglichen! Das ist der Wahnsinn! Wie unausgeglichen diese Kampagne einfach ist! Problemlos! Weißt du, da waren nur noch sechs Stück gewesen! Wären kein Ding! Aber nein! Jetzt haben sich sogar alle regeneriert! Die vorher da waren! Und ich werde nie erfahren, was in diesen Kisten drin ist! Jetzt brauche ich natürlich meine Leute, weil wir sonst hier nicht durchkommen! So ätzend! Hey, ich kann noch eine Rune aktivieren! Warte mal kurz! Ich könnte noch jemanden... Den Helden... Da, genau! Du läufst jetzt mal ins Zimmer! Obwohl, nee, du kannst ja hier ein bisschen... Spionieren! So! Die sind jetzt alle da! Das ist auch eine... Ähm... Eine Kämpferin, aber mit leichter Kriegskunst! Und er ist halt... Hat schwarze... Magie! Totschlag! Auslöschung und Schmerz! Stufe sieben, Stufe sieben, Stufe sieben! Und, ähm... Eine große... Also eine Schlagwaffe! Zwei-Handschlagwaffe! Und los! Und los! Rein theoretisch kannst du ja hier nochmal versuchen, ne? Sofort! Mir nach! Ich suche es jetzt einfach mal! Und los! Eigentlich zu viele! Schnell! Sofort! Verstärkt die Deckung! Standhalten Männer! Sie sind überall Vorsicht! Gegner! Halte durch, Männer! Verstärkt die Deckung! Verstärkt die Deckung! Vorsicht, Gegner! Feindlicher Angriff! Halte durch, Männer! Zu mir! Kletchergeist! Das ist irgendwie auf einem anderer! Ich habe keine Angst! Verstärkt die Deckung! Zur Ehre! Rote des Winters! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Vorsicht, Gegner! Schließt die Reihen! Wir Falle! Hier klappt es dann irgendwie wieder nicht, ne? Warum? Warum klappt es da dann nicht? Anfangs wunderbar Und dann auf einmal nicht mehr Warum auch immer Ich konnte wenigstens die Dings plündern, die Kisten Da war ein leerer Rundstein drin und noch ein paar interessant aussehende Items Aber ich weiß, warum das anfangs gut geht Weil da einfach keiner nachkommt Das ist erst irgendwie, sobald man sich den Gebäuden nähert Auf einmal Also vorher so Einzelne vielleicht Und dann auf einmal alle Die vorher tot waren Ähnlich wie auch bei den Dings oben Das ist der Fall war Bei den Untoten da Jetzt frage ich mich Da die weiteren zwei Teile Und das Dings Dann könnte ich doch eigentlich zum Maskierten gehen, ha? Ich müsste das doch haben Auch wenn ich ihn nicht beschwören kann Aber ich hab den dann wenigstens Und dann fehlt uns noch Ich meine, es sind nämlich drei Eiserne Würde der Ein Eiserner noch uns fehlen Und Ich glaub noch eine Person Bin ich mir aber jetzt nicht so sicher Ich bin mir aber jetzt nicht so sicher Und ich habe jetzt eine Person Gucken wir mal, ob das ausreicht. Der Klingenweber ist komplett. Ihr seid recht fleißig. Habt ihr auch noch einen Rohnenstein? Ja, haben wir. Ah, hier. Sechs Seelen wohnen in seiner Brust. Sechs gestorben im Leid. Ein Schlechter befreit. Da, der Rohnenstein tut sein Werk. Er gehört euch. Möge der Klingenweber seine tödliche Bahn durch die Heere eurer Feinde ziehen. Ja, soll er, muss er. Das heißt, ich hab jetzt hier vorerst nichts, außer, sobald ich von einem anderen Eisernen was finde. Und leere Rohnenstein oder eine Essenz zusammen mit einem Rohnenstein, sagen wir es mal so. Da. Stufe 23 muss ich dafür sein. Aber Stärke 85. Ja, der Klingenweber ist schon. Wenn ich mit die anderen gucke. Stärke 40, 40, 35, 45. Und dann auch mal vergleiche mit Stufe 20. Da Stärke 28. Stärke 25. Aber auch der Diener. Stärke 70. Rauchstufe 70. 70. Auf 17 kann ich wieder zwei weitere machen. Dann wird wohl die Hexe und der Kämpfer dann weichen. Die Hexe hat halt auch einen Zauber, ne? Ah, ist das schwer. Aber es hat einen Fernkämpfer, ne? Wenn ich den ja einen Bogen, äh, einer Armbrust gegeben hab. Oh. Was wollt ihr mich denn angreifen? Oh. Schlagt sie zurück. Sie sind überall. Stand halten, Männer. Ich habe keine Hand. Wir walten. Schlagt sie zurück. Ich will nur den dann noch plündern. Gut. Mir nach. Und los. Jetzt lass ich das da oben. Das ist mir jetzt sowas von egal. Ich habe die Kisten geplündert. Das war mir wichtig. Da waren Runensteine und ein paar interessant aussehende Items. Sofort. Gutes. Sofort. Schnell. Schlagt sie zurück. Blut zu rar. Sie sind überall. Ich bin zur stating. Vorsicht, Gegner. Sie sind überall. So. Dann hier die Chaosklinge und die Skelettwache. Stand halten, Männer. Dieser Todschlager macht schon Schaden. Für die Freiheit! Schadensboote. Aber es zählt halt auch viel Mana, ne? Das muss man dazu sagen. Feindlicher Angriff! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Geister! Steht mir bei! Mir nach! Oh Gott. Kämpft Männer! Wett Waffenmeister! Wir werden angegriffen! Noch ein Knochenkönig. Noch ein Würger wieder. Verstärkt die Deckung! Vorsicht! Schlägt die rein! Feindlicher Angriff! Zubefäden! Runenkrieger! Zu mir! Stand halten, Männer! Haltet durch, Männer! Für die Freiheit! Schlagt sie zurück! Das ist ein Hinterhalt! Verstärkt die Deckung! Feindlicher Angriff! Halte durch, Männer! Wir werden angegriffen! Zu euren Dienst! Alles klar! Oh, da hinten ist ja auch ein Grubenstein. Vorsicht! Gegner! Zu Befehl! Ich hab doch gesagt, du sollst dorthin laufen! Bleib die Sau einfach stehen! So, das haben wir. Sofort! Und dann haben wir die Karte vorerst wieder erledigt. Bis wir stärker genug sind, ähm, den Rest zu machen. Sprich, das da einfach kaputt zu machen. Und hier oben die Schneedrachen da weiter zu erkunden. Oder das mal komplett zu zerstören. Oder dann noch die Kisten zu plündern. Ja, das können wir aber erst machen, wenn wir stärker sind. Und dann ist die Sache mit Frostfall. Da werde ich auch noch nicht so ganz schlau draus. Aber ich würde sagen, machen wir den Abstecher nach Frostfall mal. Oder doch lieber zur Schattengrenze. Ah, seht ihr dann in der nächsten Aufnahme. Bis dahin dann, tschüss, eure Teil. Bye-bye!